Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne 50 unterschiedliche Wege vorstellen, wie du von zu Hause aus Geld verdienen kannst. Ich möchte mit dir hier in diesem Video über die unterschiedlichsten Einnahmequellen sprechen. Ich möchte mit dir über einige Plattformen sprechen, wo du beispielsweise einzelne Aufgaben erledigen musst. Dann über einige Plattformen, wo du dir passives Einkommen aufbauen kannst. Und grundsätzlich möchte ich mit dir über die unterschiedlichsten Kategorien von Einnahmequellen sprechen. Das heißt beispielsweise Einkommensströme im Bereich Transkriptionen, im Bereich Online-Tutoring, im Bereich Übersetzung, E-Bücher und so weiter und so fort. Fangen wir mal mit der ersten Einnahmequellen an und diese nennt sich Textbroker. Ich denke viele von euch haben schon mal von Textbroker gehört. Wenn du bisher noch nicht von Textbroker gehört hast, es handelt sich dabei praktisch um eine Plattform, wo du für Auftraggeber Texte schreibst. Diese Texte könnten zum Beispiel Artikel sein, das könnte zum Beispiel ein bisschen Copywriting sein, also Werbetexte schreiben. Das gehört praktisch hier dazu. Wenn du über diese Plattform Geld verdienen möchtest, dann klickst du einfach hier oben auf zu Textbroker durchlesen. Natürlich wirst du jetzt hier mit Textbroker keine 10.000 Euro im Monat verdienen, höchstwahrscheinlich. Es kann aber gut ausreichen, um davon schon mal die grundlegenden Dinge im Leben zu bezahlen, sei es nun Wohnungen, Versicherungen und so weiter und so fort. Und gerade für Einsteiger ist Textbroker eigentlich eine sehr, sehr interessante Einnahmequelle. Dann eine weitere Einnahmequelle, die ich euch sehr empfehlen kann, ist diese hier namens Q-Kids. Wenn du Leuten etwas beibringen möchtest oder Kindern etwas beibringen möchtest, dann könnte Q-Kids für dich eine wirklich interessante Alternative sein. Nämlich Q-Kids an sich ist eine Plattform, wo du jungen chinesischen Schülern Englisch beibringen kannst. Das heißt, wenn du relativ gut Englisch kannst, dann kannst du dich hier auf der Plattform anmelden und kannst dann chinesische Schüler im Alter von 4 bis 12 Jahren unterrichten. Das bedeutet natürlich, dass du eine gute Internetverbindung haben solltest, weil du praktisch mit den Schülern einen 1 zu 1 Live-Call machst. Das heißt, du hast nur einen einzigen Schüler, der dann auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, von der Kamera sitzt und du bringst dann diesem Schüler bestimmte Dinge bei. Das könnte beispielsweise sein, dass du dem Schüler beibringst, sage ich jetzt mal, Tiernamen oder zum Beispiel, sage ich jetzt mal, wie man Zahlen ausspricht oder, sage ich mal, Zahlen von 1 bis 100 oder was auch immer. Das heißt, du bringst den Schülern jetzt nicht unbedingt gehobenes, universitäres Englisch bei, sondern eher halt sehr grundlegende Dinge. Du musst, denke ich mal, schon ganz gut Englisch können. Ich würde dir grundsätzlich vorschlagen, dass du, wenn du hier auf solchen Plattformen unterrichtest, auch wirklich keine Fehler machst. Das heißt, du solltest wirklich schon perfekt sein. Aber grundsätzlich ist es halt eine Plattform, die auch relativ gut die Lehrer bezahlt. Im Durchschnitt verdient man sowas wie zum Beispiel 18 bis 22 Dollar hier pro Stunde auf der Plattform, was für die meisten Online-Totoring-Plattformen eigentlich relativ gut ist. Übrigens, wenn ihr mehr rund um diese Themen hier lernen möchtet, dann schaut auch gerne nochmal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich mein Geldverdiener im Internet-Meisterkurs. In diesem Kurs gehe ich auf so gut wie alle Einkommensströme, die ich auch hier in diesem Video zeige, nochmal detailliert ein. Das heißt, ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ihr diese Einkommensströme aufbauen könnt. Link zu meinem Kurs befindet sich in der Videobeschreibung. Dann, die nächste Einnahmequelle ist sehr, sehr ähnlich zu Q-Kids. Es handelt sich hierbei um die Plattform VIP-Kit. VIP-Kit ist auch eine Plattform, die vor allen Dingen chinesische Schüler targetiert. Das heißt, es geht auch hier wieder darum, dass du in Live 1 zu 1 Calls praktisch Schüler unterrichtest, vor allen Dingen halt aus China. Diese Schüler sind wieder jetzt nicht unbedingt auf universitärem Level, sondern sind eher ganz normale, sind vielleicht noch sogar im Kindergarten in manchen Fällen oder beziehungsweise in einer Grundschule oder Oberschule. Und das, denke ich mal, ist hier so ungefähr deine Zielgruppe. Wenn du auf der Plattform unterrichten möchtest, klickst du einfach hier oben auf Teach. Und da sehen wir auch gleich, wie viel Geld du hier verdienen kannst. Nämlich, sie sagen dir im Durchschnitt oder bis zu, sag ich jetzt mal, kannst du 22 Dollar hier die Stunde verdienen. Du kannst von zu Hause arbeiten, musst jetzt nicht unbedingt, sag ich jetzt mal, zu bestimmten Stunden online sein. Du kannst also wirklich deine eigenen Schedule machen und kannst praktisch sagen, okay, zu der und der Zeit möchte ich arbeiten oder zu der und der Zeit möchte ich nicht arbeiten. Bei VIP-Kit ist es so, dass du nicht unbedingt eine Stunde die Schüler unterrichtest, sondern eher immer nur 25 Minuten Blöcke hast. Das heißt, 25 Minuten bringst du deinem Schüler etwas bei und dann ist, wie gesagt, Pause und dann kommt der nächste Schüler und bringst ihm wieder 25 Minuten etwas bei und so weiter und so fort. Das ist, finde ich persönlich, sehr, sehr effizient, weil du natürlich zum einen, dann, denke ich mal, auch deine eigene Konzentration halten kannst, weil wenn du zum Beispiel einem Schüler 60 Minuten was beibringen musst, dann kann das irgendwann ganz schön anstrengend werden, gerade wenn du zum Beispiel 5 oder 6 oder 7 Stunden am Tag Schüler unterrichtest und diese 25 Minuten Blöcke helfen dann auch, konzentrierter zu sein. Also VIP-Kit ist auf jeden Fall eine Plattform, die ich euch sehr empfehlen kann. Ihr könnt auch gerne mal schauen auf YouTube, VIP-Kit Earnings, da gibt es sehr viele Online-Tutoren, die bereits ihre Einnahmen geteilt haben, beziehungsweise die gezeigt haben, wie so der Arbeitsablauf ist. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich manchmal es ein wenig übertrieben finde, wie manche Lehrer, sage ich jetzt mal, hier auf der Plattform unterrichten, also mit sehr, sehr viel Gießdick und sehr, sehr viel Mimik und gut, ihr müsst entscheiden, wie ihr unterrichten möchtet, aber die haben schon eine bestimmte Vorstellung von dem, was ein Lehrer sein sollte. Wenn ihr genauere Informationen dazu haben möchtet, dann schaut, wie gesagt, gerne in mein Geldverdienen im Internet-Meisterkurs rein oder guckt einfach auf YouTube, weil da, wie gesagt, gibt es auch viele Tutorials zu diesem Thema. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Chatterbug. Ich denke, einige von euch haben vielleicht die Werbung von Chatterbug bereits auf Facebook gesehen, nämlich Chatterbug sucht zum einen nach Schülern, weil du praktisch hier über die Plattform Leuten zum Beispiel Deutsch beibringen kannst oder kannst ja Deutsch lernen, du bringst aber auch gerne oder kannst auch andere Sprachen beibringen. Du kannst aber auch hier jederzeit als Tutor arbeiten, das heißt, wenn du Leuten, sagen wir mal, Deutsch beibringen möchtest oder vielleicht Englisch beibringen möchtest oder was auch immer, kannst du das jederzeit tun. Scroll einfach hier ganz nach unten und dann wirst du hier unten praktisch den Punkt finden, become a tutor, klick einfach dort drauf und dann kannst du dich hier jederzeit anmelden. Du kannst so gut wie jede Sprache hier unterrichten, also zum Beispiel, sei es nun Deutsch, sei es Spanisch, sei es Italienisch oder was auch immer, klick einfach hier auf Apply Now und dann kannst du hier dich bewerben. Es ist gut möglich, dass du angenommen wirst. Die haben jetzt nicht unbedingt eine bestimmte Qualifikation, die du haben solltest, außer natürlich, dass du jetzt hier einen Laptop haben solltest und dass du ein Native Speaker sein solltest. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Englisch beibringen möchtest, aber du kannst kein Englisch, dann wäre es vielleicht ein bisschen unschön. Die Sprachen, nach denen sie derzeit vor allen Dingen suchen, sind halt Spanish, French und German. Und halt natürlich geht es darum, dass du auch ganz gut Englisch können solltest, nämlich du musst natürlich auch das, was du erklärst, in irgendeiner anderen Spracheleuten beibringen. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt Deutsch beibringst, solltest du zumindest die Basics vom Englischen erkennen, damit du überhaupt den Leuten etwas beibringen kannst. Dann die nächste Plattform für Leute, die Online-Tutoring machen möchten, ist diese hier namens Italigi. Italigi ist eine Plattform, wo du auch als Online-Tutor arbeiten kannst. Und hier sehen wir auch bereits, gibt es haufenweise Lehrkräfte, nämlich insgesamt derzeit über 10.000 Lehrkräfte. Und du kriegst praktisch Geld pro Stunde, die du hier unterrichtest, kannst von überall aus unterrichten. Und es ist ziemlich genau dasselbe wie auf den anderen Plattformen, bloß, dass du hier auch wieder zum Beispiel Deutsch unterrichten kannst. Dann die nächste Plattform, und ich glaube auch die letzte Plattform im Bereich Online-Tutoring, wenn es nicht unbedingt ums Coaching geht, ist diese Plattform hier namens Check. Check ist dafür bekannt, dass sie praktisch die größte Plattform im Bereich Online-Tutoring sind. Check ist eine absolut gigantische Plattform, aber nicht nur im Bereich Tutoring, sondern die haben auch alle möglichen Produkte, ich glaube auch Bücher. Und wenn du ein Tutor werden möchtest hier auf der Plattform und du möchtest Schülern helfen, während der Schule oder während der Schulzeit, sich mal bessere Noten zu schreiben, kannst du das hier jetzt halt tun. Klicke einfach hier oben auf Tutors und dann kannst du dich hier jederzeit als Tutor anmelden. Nämlich hier sehen wir bereits, welche unterschiedlichen Nischen, sag ich jetzt mal, du ausfüllen kannst. Nämlich du kannst praktisch zum Beispiel unterrichten. Engineering, Math, Science, Humanities, Highschool, Testprep, und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel ein bisschen, sag ich jetzt mal, mit Mathe oder so auskennst, dann kannst du hier Mathe-Tutor werden oder wenn du dich ein bisschen mit Englisch auskennst, kannst du halt wie gesagt ein Englisch-Tutor werden und so weiter und so fort. Das heißt, hier hast du auch wieder sehr viele Optionen, aber hier muss man auch wieder ehrlich sagen, hier solltest du Englisch können, damit du halt über diese Plattform Geld verdienen kannst. Check ist auf jeden Fall eine von den Plattformen, die ich euch sehr empfehlen kann, wo ihr aber nicht davon ausgehen könnt, dass ihr so viel Geld verdienen werdet, wie zum Beispiel auf VIP-Kit, also sowas wie 22 Dollar die Stunde, da werdet ihr eher ein wenig weniger verdienen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr irgendwas zwischen 12 bis 15 Dollar die Stunde bekommen werdet. Dann eine Plattform, wo du deine eigenen Preise, oder Quatsch, bevor ich mit euch über diese Plattform spreche, auch nochmal eine weitere Plattform, die praktisch sich um chinesische Schüler dreht, nämlich diese hier namens Landi English. Landi English ist eine riesige Plattform in China. Es handelt sich dabei auch wieder um eine Plattform, wo ihr chinesischen Schülern Englisch beibringen könnt. Und wir sehen auch hier unten, es gibt alle möglichen Positionen, die derzeit offen sind, zum Beispiel Online English Teacher for Chinese Kids und es ist auch wieder ein Remote Job, Remote Job, Remote Job, Remote Job. Das heißt, du kannst jederzeit von zu Hause aus arbeiten und kannst dann praktisch Schülern wieder hier Englisch beibringen. Jetzt kommen wir aber zu der Plattform, die ich eben gerade ansprechen wollte, nämlich die Plattform CoachMe. Hier kannst du deine eigenen Preise praktisch, also nicht unbedingt deine eigenen Preise machen, aber kannst zumindest ein bisschen mehr kontrollieren, wie viel Geld du nimmst. Nämlich CoachMe ist eine Plattform, wo du als Coach arbeiten kannst, zum Beispiel in solchen Bereichen wie Habit Coaching, Leadership Coaching und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du dich damit auskennst, wie man zum Beispiel wirklich diszipliniert ist, wie man sich selbst motiviert, wie man es hinkriegt, seine eigenen Regeln zu befolgen, dann kannst du hier über diese Plattform praktisch coachen. Das heißt, du coachst dann praktisch Leute, die Probleme damit haben, sich selbst zu motivieren, die vielleicht nicht besonders diszipliniert sind und du hilfst ihnen dabei, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Oder wenn du halt ein Leadership Coach bist, das heißt, du kannst zum Beispiel auch Firmen coachen und zeigst ihnen, wie zum Beispiel eine ordentliche, ich sage jetzt mal, eine Hierarchie in ihrem Unternehmen hinkriegen oder wie sie flache Hierarchien hinkriegen und so weiter und so fort, dann kannst du das alles hier auch jederzeit in Coachings tun. Dann eine weitere Plattform ist diese hier namens Translatorbase. Wenn du ein Übersetzer bist oder du suchst einfach nach Übersetzungsaufträgen, kannst du dich jederzeit einfach hier anmelden und kannst jederzeit nach Jobs suchen. Wir sehen auch hier, dass diese alles Jobs sind, dass diese alles Jobs sind, die alleine heute reingekommen sind. Zum Beispiel hier English German, das, denke ich mal, wäre für euch interessant. Klickt einfach auf Translation Manual in diesem Fall und dann könnt ihr euch diesen Job angucken oder zum Beispiel Korean English, Japanese English, Indonesien English und so weiter und so fort und in den meisten Fällen kommen hier so 20 bis 30 Jobs am Tag rein. Das heißt, ihr könnt hier jederzeit Jobs praktisch annehmen. Grundsätzlich, wenn ihr halt als Translator arbeiten möchtet, sollte man halt auch davon ausgehen, dass ihr sehr, sehr gut diese beiden Sprachen könnt. Also das ist auf jeden Fall nur eine Plattform, wenn du wirklich gut übersetzen kannst. Dann eine Plattform übrigens, die ich jetzt hier nicht mit aufgenommen habe, aber wo ihr auch jederzeit drüber Geld verdienen könnt, ist die Plattform PROS, also P-R-O-Z.com und das ist auch eine Übersetzungsplattform, wo ihr jederzeit nach Übersetzungsaufträgen schauen könnt. Dann eine Plattform, die auch relativ ähnlich ist zu solchen Plattformen, wie zum Beispiel Textbroker, ist diese Plattform hier namens Container. Container ist eine Plattform, wo du nach Content, Writing, Aufträgen suchen kannst. Das heißt, es handelt sich hierbei dann um Jobs, sag ich jetzt mal, die man auf einer monatlichen Basis machen kann, von zu Hause aus alle remote oder es handelt sich hier auch öfter mal um einfach nur Texte, die ihr schreiben könnt. Zum Beispiel hier haben wir eine Firma, die zahlt euch 2.000 Dollar pro Monat, wenn ihr ein SEO-Writer seid. Das heißt, wenn ihr euch um die SEO für dieses, oder um genau, die Search Engine Optimization für eine bestimmte Website zum Beispiel kümmern könnt, dann haben wir hier sogar einige Aufträge, wo du 6.000 Dollar pro Monat bekommst, wenn du halt ein Health and Nutrition Writer bist. Und es gibt sogar manchmal einige Aufträge, die zahlen mehr als 10.000 Dollar pro Monat. Du wirst natürlich nicht fest angestellt, sondern bist praktisch ein Freelancer. Das heißt, wir gehen davon aus, dass du natürlich auch noch mal ein paar weitere Einnahmequellen hast. Aber hier, wie gesagt, befinden sich haufenweise unterschiedliche Aufträge. Wir sehen auch immer, wann diese Aufträge reinkommen sind. Derzeit kommen so ungefähr, sag ich mal, 15 bis 20 Aufträge hier pro Tag rein. Und wir sehen auch immer hier gerade Just Edit, Just Edit, Just Edit. Ich denke mal sogar fast, ja, obwohl 10 bis 15 kommt, denke ich mal ungefähr hin. Vielleicht sogar eher 20 Aufträge kommen hier pro Tag rein. Dann eine weitere Plattform, die ich euch empfehlen kann, wenn ihr kleinere Summen Geld verdienen möchtet, ist diese hier namens ref.com. Ref ist eine Plattform, wo du Transkriptionen anfertigen kannst und auch Untertitel. Das heißt, wenn du zum Beispiel, ja, also du kriegst praktisch hier über die Plattform, sagen wir mal, ein Video zugeschickt oder du kriegst ein MP3 zugeschickt und du sollst dann für diese Videos den Text abschreiben, sollst also praktisch eine Transkription daraus machen oder du kriegst ein Video zum Beispiel zugeschickt und sollst dann für dieses Video Untertitel machen oder beziehungsweise sogar die Untertitel auf das Video richtig drauf tun. Das sind halt Aufträge, die du hier erledigen kannst. Wenn du dich über die Plattformen für Aufträge bewerben möchtest, dann scrollst du einfach hier runter und klickst dann hier unten, wo haben wir es, klickst dann hier unten auf Become a Transcriptionist. Hier müsste es irgendwo sein und dann kannst du hier jede Zeit praktisch arbeiten. Genau, ich bin jetzt wahrscheinlich wieder blind und finde es nicht, aber ihr könnt halt hier jede Zeit, da haben wir es doch, Freelancers, einfach auf Freelancers klicken und dann könnt ihr hier direkt beginnen, nämlich Freelancing Jobs, Work from Home with Ref und dann kannst du halt jede Zeit dich eintragen und hoffentlich wirst du dann alsbald angenommen und so viel Geld erhältst du ungefähr pro Minute, zum Beispiel 30 Cent bis 1,10 Dollar für Transkriptionen und als Captioner, das heißt eine Person, die praktisch, ja, ich nenne es jetzt mal Untertitel, erstellt, da kriegst du halt 54 Cent bis 1,10 Dollar pro Minute. Dann, die nächste Plattform ist diese hier, namens GoTranscript. GoTranscript ist eine Plattform, wo du Transkriptionen anfertigen kannst. Ist relativ ähnlich zu RefPlus, dass halt diese Plattform sich wirklich nur auf Transkriptionen fokussiert. Du kannst einfach hier oben, wenn du nach Aufträgen suchst, einfach auf Work klicken, dann klickst du auf Transkription Jobs und dann auf Available und jetzt gerade, schöner Vorführeffekt, sind natürlich keine Transkription Jobs gerade da. Normalerweise sind hier ungefähr sowas wie 20 bis 30 Transkription Jobs pro Tag und du kannst gerne nochmal hier auf meinem Kanal nach dem Begriff GoTranscript suchen. Ich habe schon, glaube ich, 10, 15 Videos zu diesem Thema gemacht, wo ich auch zeige, wie man Aufträge annimmt und diese dann abarbeitet, aber GoTranscript ist auf jeden Fall eine Plattform, wo du halt mit Transkriptionen Geld verdienen kannst. Am GoTranscript nochmal oder Transkriptionen generell sind einfach nur wortgenaue oder buchstabengenaue Abschriften von zum Beispiel einem MP3 oder von einem Video. Das heißt, du machst einfach nur Folgendes, du kriegst zum Beispiel ein Video, du kriegst halt ein MP3, bei GoTranscript kriegst du halt nur MP3s und du sollst halt aus dieser MP3 einen Text machen. Dann die nächste Plattform im Bereich Übersetzung ist diese hier namens Gengo. Auf Gengo kannst du als Übersetzer arbeiten und kannst dann hier kleinere Aufträge annehmen. Einfach, wenn du dich anmelden möchtest, scrollst du hier nach unten und dann haben wir hier unten auch wieder den Button Become a Translator. Einfach darauf klicken und dann steht hier bereits Order Translations from Freelance Translators. Join our Translation Team. Und dann kannst du hier dich jederzeit anmelden. Du kannst halt, wann immer du möchtest arbeiten. Das heißt, du kannst 24-7 von wo immer du möchtest arbeiten. Du hast eine gute Community hier und genau, so viel kann man hier ungefähr im Monat verdienen. Also derzeit ist das Monthly Earning von Personen, die auf Gengo arbeiten, 494 Dollar. Ich gehe mal davon aus, dass diese Leute das jetzt nicht Fulltime machen. Dann die nächste Plattform ist diese hier und da muss ich immer so ein bisschen, ja, da muss ich euch sagen, ja, empfehle ich euch das jetzt oder nicht. Also Amazon Mechanical Turk ist eine Plattform, wo ihr praktisch winzig, winzig kleine Aufgaben erledigen könnt. Ich habe in den letzten Tagen dazu einige Videos hier auf der Plattform oder hier auf YouTube gemacht. Amazon Mechanical Turk ist eine Plattform, wo du zum Beispiel Aufgaben erledigst, wie bestimmte Daten eintragen, von Bildern etwas abschreiben. Also wirklich winzig, winzig kleine Aufgaben und für diese winzig kleinen Aufgaben erhältst du dann Centbeträge und du musst halt sehr, sehr viele Aufträge erledigen, damit du überhaupt hier, sagen wir mal, ja, 5 Euro oder 10 Euro die Stunde verdienen kannst. Das ist eigentlich ein Witz, bloß wenn du halt wirklich nichts anderes zu tun kannst oder nichts anderes zu tun hast, dann würde ich dir auf jeden Fall sowas hier empfehlen. Dann aber eine Plattform, die ich euch sehr empfehlen kann, ist diese hier namens Udemy. Das war meine allererste Online-Einnahmequelle und ich kann wirklich nur sagen, es ist die beste Einnahmequelle bis heute, die ich im Online-Bereich gefunden habe. Udemy ist eine Plattform, wo du Online-Kurse unterrichten kannst und du erhältst da praktisch, wenn du diese Online-Kurse verkaufst, monatlich Auszahlungen. Es ist so, dass du deine Kurse hier auf der Plattform anbietest. Diese Kurse werden dann von Udemy Promoter beziehungsweise Udemy hat eine sehr große organische Reichweite. Leute können sie kaufen und wenn du dann, wenn dann Leute die Kurse kaufen, kriegst du halt für jeden Verkauf eine Provision und diese Provision wird dann halt monatlich an dich ausbezahlt. Du kannst auch Kurse auf Plattformen wie zum Beispiel Skillshare unterrichten. Du kannst übrigens dort deutsche als auch englische Kurse unterrichten. Also vor allen Dingen auf Udemy kannst du deutsche und englische Kurse unterrichten. Auf Skillshare würde ich dir eher empfehlen, nur englische Kurse zu unterrichten. Ich denke, da macht es in meisten Fällen jetzt nicht so sehr Sinn, deutsche Kurse zu publizieren. Hier wirklich nur englische Kurse. Dasselbe gilt auch für solche Plattformen hier wie zum Beispiel Edwonix. Edwonix ist eine Plattform, wo du eher nur englische Kurse publizieren solltest. Bei LinkedIn Learning, das ist auch eine Plattform, wo du halt online unterrichten kannst, da würde ich dir empfehlen, auch deutsche Kurse zu publizieren. Da sind deutsche Kurse derzeit auch sehr gefragt. Wir sehen es auch hier zum Beispiel Körpersprache für Führungskräfte, Sprechen wie ein Profi, hier zum Beispiel Storytelling für Führungskräfte und so weiter und so fort. Also da sind auf jeden Fall auch deutsche Kurse sehr, sehr beliebt und du kannst halt hier auf jeden Fall gutes Geld auch nochmal mit deinen deutschen Kursen verdienen. Dann eine weitere Plattform, die wirklich sehr interessant ist, ist diese hier namens Voice. Voice ist eine Plattform, wo du mit deiner Stimme Geld verdienen kannst. Das heißt, du kannst hier praktisch einfach deine, ja, deine Stimme praktisch in Form von Art Artikeln, sag ich jetzt mal, oder Art von Posts, kannst du publizieren und Leute können dir dann für diese Posts Geld geben, indem sie praktisch diese Posts abworten. Ist auf jeden Fall also eine wirklich interessante Einnahmequelle. Dann die nächste ist diese hier namens Vocalizer. Vocalizer ist eine Plattform, wo du als Voice Artist Geld verdienen kannst, nämlich du kannst, wenn du praktisch eine gute Stimme hast, kannst du hier einfach auf Find Work Now klicken und dann siehst du bereits, gibt es haufenweise unterschiedliche Aufträge, die Leute hier reingestellt haben, wo du zum Beispiel sehen kannst, du kannst mit diesem Auftrag hier 220 Dollar verdienen, mit dem hier 200 Dollar, mit dem 1000 Dollar und so weiter und so fort. Oder hier haben wir auch zum Beispiel Provisionen, die du bekommen kannst, zum Beispiel 40 Prozent, 20 Prozent und so weiter und so fort, wenn du an diesen Aufträgen arbeitest. Und das Interessante hier ist das Folgende, nämlich du kannst nicht einfach nur, indem du deine Stimme verkaufst, damit Geld verdienen. Du brauchst ein gutes Mikrofon, zum Beispiel ein ordentliches rote Mikrofon einfach kaufen und wenn du eine schöne Stimme hast, kannst du halt für diese Leute hier die Aufträge abarbeiten, indem du halt deine Stimme aufnimmst und dann genau an diese Leute das finale Produkt schickst. Dann eine weitere Plattform, die ich dir sehr empfehlen kann, um online als Freelancer zu arbeiten, ist diese hier namens Fiverr. Auf Fiverr kannst du so gut wie alles anbieten, sei es nun Logodesign, sei es nun Artikel schreiben für andere Leute, Video und Animation, Musik und Audio, Audio Produktion und so weiter und so fort. Egal was du kannst, du kannst es irgendwie auf Fiverr verkaufen. Deswegen probiere es auf jeden Fall mal aus. Es gibt aber noch haufenweise weitere Online-Freelancing-Plattformen wie zum Beispiel Upwork. Upwork ist eine von den größten Plattformen im Online-Freelancing-Bereich. Du kannst halt hier jederzeit deine Dienstleistungen anbieten. Dasselbe gilt auch für solche Plattformen wie zum Beispiel WorkCana oder auch wie zum Beispiel Plattformen wie People Per Hour. Das sind alles jetzt sehr große Plattformen, wo du halt deine Freelancing-Dienstleistungen anbieten kannst. Wenn du sagst, okay, das ist alles nichts für mich und du möchtest vielleicht mit deiner Stimme Geld verdienen, aber du möchtest nicht für andere Leute arbeiten, dann kannst du zum Beispiel auch deine Audiobücher online verkaufen über solche Plattformen wie zum Beispiel Authors Republic. Du kannst, wenn du, sagen wir mal, ein Buch schreibst und du möchtest mit diesem Buch Geld verdienen, kannst du einfach dein Buch dir hinlegen, holst dir ein gutes Mikrofon, nimmst das Buch als ein Audiobuch auf und verkaufst es dann über solche Plattformen wie zum Beispiel Authors Republic. Übrigens, wenn du gerade über solche Einnahmequellen mehr erfahren möchtest, dann schau auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich mein Geldverdien-Internet-Meisterkurs und dort zeige ich auch drin, welche weiteren Plattformen es gibt, auf denen man mit Audiobüchern Geld verdienen kann und wie man vor allen Dingen sich ein smartes Businessmodell um diese Audiobücher herum aufbaut. Da sprechen wir auch über solche Dinge wie zum Beispiel Steuern, Buchhaltung, Gewerbeanmelden oder kein Gewerbe vielleicht anmelden, reichten Freiberuflerstatus und so weiter und so fort. Das besprechen wir alles hier in diesem Kurs. Es gibt natürlich neben Authors Republic auch nochmal weitere Plattformen, auf denen du mit deinen Audiobüchern Geld verdienen kannst und da kommen hier zum Beispiel solche Plattformen wie Findaway Voices in den Sinn oder zum Beispiel auch solche Plattformen wie Sinsi oder zum Beispiel wie Fire. Also praktisch diese Plattformen hier zum Beispiel Sinsi oder zum Beispiel Fire. Das sind halt beides nochmal Plattformen, die sehr profitabel sind, was Audiobücher und E-Bücher angeht. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass man grundsätzlich sich ein Businessmodell aufbauen sollte, das effizient ist. Das heißt, dass du beispielsweise erst ein Buch schreibst, das kannst du über Plattformen wie Amazon Kindle publizieren. Kindle Publishing ist ein Weg, wie du mit deinen E-Büchern Geld verdienen kannst und du nimmst dann die Bücher, packst sie vielleicht nochmal auf solche Plattformen drauf wie Ingram Spark, die für dich deine Buch physisch verkaufen. Das heißt zum Beispiel in Bibliotheken reinbringen, in Buchläden reinbringen und so weiter und so fort. Also publizierst sie praktisch über solche Plattformen, publizierst sie vielleicht nochmal über sogenannte Distributoren wie zum Beispiel Smashwords. Smashwords verkauft auch deine Bücher nochmal online. Dasselbe gilt auch für solche Plattformen wie zum Beispiel Lulu. Die verkaufen für dich weltweit deine Bücher, das heißt globale Distribution deiner Bücher. Wie gesagt, und nachdem du das Ganze getan hast, das heißt nachdem du deine Bücher auf Kindle drauf getan hast, nachdem du sie physisch verkaufst über solche Plattformen wie Ingram Spark oder sie verkaufst über Smashwords oder zum Beispiel Lulu, dann macht es auf jeden Fall Sinn, diese Bücher zu nehmen und die nochmal zu Audio-Büchern zu machen und die zum Beispiel über Authors Republic zu verkaufen oder zum Beispiel Final Way Voices oder zum Beispiel CNC oder zum Beispiel Fire. Du kannst natürlich aber dir auch komplett andere Einnahmequellen aufbauen, sei es zum Beispiel wie der Language Learning wie Lingoda. Lingoda ist auch eine Plattform, wo du als Online-Tutor arbeitest und Schüler unterrichten kannst. Wenn du sagst, das ist alles nichts für mich und ich möchte lieber was machen, was ein bisschen freier ist, dann zum Beispiel starte doch einfach einen YouTube-Kanal. Ich habe ja auch meinen YouTube-Kanal gestartet. Der YouTube-Kanal macht mir wirklich gutes Geld. Wir können hier mal reingehen. Ich zeige euch gerne, wie viel Geld ich mit YouTube verdiene und es ist halt eine super auch passive Einnahmequelle, wenn ihr erstmal einige Videos gemacht habt und zum Beispiel jetzt hier in meinem Falle, ich verdiene derzeit mit diesem Kanal ungefähr 800 Euro, ein bisschen weniger am Monat und das ist halt eine super, super Einnahmequelle für mich, weil ich das tun kann, was mir persönlich Freude bereitet. Ich freue mich immer Videos zu machen und es ist halt ein super Weg schnell zu monetarisieren. Dann eine weitere Einnahmequelle, die ich super interessant finde, ist diese hier namens Botmakers. Botmakers ist eine Plattform, wo du Chatbots erstellen kannst und du kannst dann mit diesen Chatbots Geld verdienen. Du erstellst praktisch ein Template, bietest das hier über die Plattform an und wenn Leute dann dieses Template kaufen, kriegst du dafür eine Provision. Dann eine weitere Plattform, wenn du ein Shopify-Store hast, kannst du die auch hier jederzeit über den Exchange Marketplace von Shopify verkaufen. Einfach wie gesagt hier auf exchangemarketplace.com gehen und wenn du deinen Store nicht mehr haben möchtest, gibst du ihn einfach hier ein. Leute können ihn dann kaufen und genau, du erhältst dann für den Verkauf, sagen wir zum Beispiel 5.000 Euro, 1.000 Euro, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie gut dein Store ist, wie viel Sales schon gemacht hat, wie viel Traffic drauf ist und so weiter und so fort und wenn natürlich der Store sehr groß ist und sehr viel Traffic generiert, kann es auch gut sein, dass du mehrere 10.000 Euro für einen Store bekommst. Dann kannst du natürlich auch mit Fotos Geld verdienen. Du kannst mit deinen Fotos Geld verdienen über solche Plattformen wie zum Beispiel Shutterstock oder zum Beispiel Dreamstime oder zum Beispiel solche Plattformen wie CreeStock. CreeStock ist eine weitere Plattform, wo du halt deine Bilder anbieten kannst oder zum Beispiel du, genau, bietest du halt einfach nochmal auf ein paar andere Plattformen an. Du kannst dir zum Beispiel eine Plattform anbieten wie Freepik oder zum Beispiel auch über Canva. Canva und Freepik sind eigentlich sehr auch große Plattformen, wo du halt Geld verdienen kannst und wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich möchte aber keine Fotos anbieten wie zum Beispiel auf Shutterstock oder ich möchte keine Videos anbieten wie du übrigens auch auf Shutterstock verkaufen kannst, sondern ich möchte eher, sag ich jetzt mal noch in einen kreativeren Bereich in Anführungsstrichen und möchte, sagen wir mal, PowerPoint-Templates verkaufen und möchte Icons verkaufen oder was auch immer, dann kannst du das jederzeit über Envato Elements tun oder zum Beispiel Plattformen wie Creative Market. Das sind beides sehr große, sehr populäre Plattformen, wo du halt Templates, 3D-Templates und so weiter und so fort verkaufen kannst. Wenn du dir aber sagst, ich möchte passives Einkommen aufbauen und ich möchte zum Beispiel Geld mit Icons verdienen, weil du vielleicht ein Icon-Designer bist, dann kannst du es auch jederzeit über solche Plattformen wie The Noun Project tun oder zum Beispiel Icon Finder oder zum Beispiel Icon Scout. Das sind drei Plattformen, die halt sehr populär sind in diesem Bereich. Das Einzige, was du brauchst, sind Icons. Diese Icons lädst du hoch, diese Icons werden dann über den Marktplatz verkauft und generieren praktisch passives Einkommen und das, denke ich mal, ist eine schöne Sache. Je mehr Icons du hast, desto mehr Geld kannst du verdienen. Übrigens auch in meinem Geld verdienen Internetmeisterkurs gehe ich da extrem detailliert ein. Das heißt, ich zeige euch praktisch Schritt für Schritt, wie man mit Icons Geld verdienen kann in diesem Kurs. Deswegen, wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu diesem Kurs. Genau, neben The Noun Project gibt es, wie gesagt, Icon Finder oder Icon Scout. Die sind schon sehr, sehr populär. Du kannst natürlich aber auch dir nochmal ein bisschen andere Einnahmequellen aufbauen, wie zum Beispiel, du kannst 3D-Elemente verkaufen. 3D-Elemente kannst du verkaufen über solche Plattformen wie CGTrader. CGTrader ist eine Plattform, wo du dann, sagen wir mal zum Beispiel, wenn du ein 3D-Element für ein Tier hast, dann kannst du das hier jederzeit hochladen und dann kannst du es hier über diese Plattformen verkaufen. Wir können uns ja auch gerne mal ein paar davon irgendwie anschauen. Zum Beispiel so sehen die halt aus. Solche 3D-Modelle, die dann Leute mit ihrem 3D-Drucker sich zum Beispiel ausdrucken können und hierüber kann man halt echt ziemlich gutes Geld verdienen. Zum Beispiel, du kannst auch hier Stühle drucken, du kannst alle möglichen Dinge drucken oder halt Teile von diesen Stühlen und da, wie gesagt, kriegt man dann zum Beispiel halt 36 Dollar, bieten Leute das an, 59 Dollar und so weiter und so fort und für jeden Verkauf erhältst du dann natürlich eine Provision. Wenn du mit deiner Reichweite Geld verdienen möchtest, kannst du das auch jederzeit tun über solche Plattformen wie zum Beispiel Repixel. Repixel ist eine Plattform, sag ich jetzt mal, wo du halt einfach deine Reichweite mitverkaufst, nämlich du sagst praktisch, okay, ich habe Reichweite, ich habe eine große Zielgruppe aufgebaut für Produkt XY und dann können halt Online-Marketer, Leute kommen, die so etwas brauchen und sagen, okay, ich hätte gerne deine Zielgruppe, ich hätte gerne die ganzen Informationen und die verkaufst du dann zum Beispiel halt über solche Plattformen wie Repixel. Ob das Ganze jetzt so DSGVO-konform ist, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ist halt auf jeden Fall eine Plattform, die ich kenne, habe mit Repixel selbst noch nicht zusammengearbeitet, ist aber auf jeden Fall eine sehr interessante Einnahmequelle. Und dann natürlich in dieser Plattform noch, Orsound, Orsound ist eine Plattform, wo du mit deinem Podcast Geld verdienen kannst, wo du aber auch deine eigenen Hörbücher rüber verkaufen kannst, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich würde gerne Geld verdienen mit Hörbüchern oder zum Beispiel deinem Podcast, kannst du dich hier über Orsound hosten, Orsound hat keine organische Reichweite, soweit ich weiß, aber du kannst halt einfach ein wenig Geld nochmal verdienen, indem du halt deine eigene Infrastruktur aufbaust. Dann eine weitere Plattform, die ich super interessant finde, ist diese hier namens Airbit. Airbit ist eine Plattform, über die du Beats verkaufen kannst, das heißt, du wirst hier praktisch verbunden mit Leuten, die Beats brauchen und genau, den Leuten oder dir selbst, die halt Beats anbieten möchten und du kannst zum Beispiel hier auf Browse Beats klicken und da kannst du haufenweise Beats bereits sehen, die hier über die Plattform verkauft werden und du kannst halt auch selbst deine Beats hier über die Plattform verkaufen und man sieht halt immer hier wie viel Geld ungefähr du oder sag ich jetzt mal wie viel Geld die Leute wollen für einen Beat und du kannst dir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel eine Person den Beat kauft, das ist schon ein ganz gutes Geld, das man damit so verdienen kann. Und dann noch zwei weitere Plattformen, die ich euch vorstellen möchte, nämlich einmal BeatStars. BeatStars ist eine weitere Plattform, über die du Beats verkaufen kannst, funktioniert sehr ähnlich zu Airbit und dann die letzte Plattform ist diese hier namens Bunny Studio Voice oder auch voicebunny.com genannt und auf dieser Plattform kannst du auch nochmal deine Stimme verkaufen und mit deiner Stimme Geld verdienen. Gut, das war es aber nun hier für dieses Video, wenn du mehr rund um dieses Thema wissen möchtest und du möchtest dir wirklich unterschiedlichste Online-Einkommenströme aufbauen, dann schau wie gesagt gerne mal in die Videobeschreibung rein, dort befindet sich ein Link zu meinem Geldverdienen im Internet-Meisterkurs, ich zeige dir dort drin, wie du ein Gewerbe anmeldest, wie du Online-Geschäftsmodelle dir aufbaust, wir schauen uns 25 unterschiedliche Wege an Geld zu verdienen, ich gehe wirklich in jeden Weg richtig detailliert ein, schaut euch die gerne an und dann nochmal wirklich Anleitung zur Umsetzung, sodass ihr halt wirklich in die Umsetzung kommt, der gesamte Kurs kostet gerade mal 16,66 Dollar, ihr könnt natürlich auch gerne noch Coaching euch dazu buchen, aber der Zugang zum Kurs kostet gerade mal 16,66 Dollar. Aber gut, das war es dann nun hier für dieses Tutorial, vielen, vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.